Holz geht an die... Ach, kannst du Hogan tragen. So. So, jetzt bringen wir mal die weg. Weil da sind wir schon mal die Angreifer-Monster los. Ohne die... Garnisions-Monster aufzuschrecken. Ja? Kieße! Das ist alles. Du bist ein totes Mann! So, buffen wir die mal alle. Eintrag und Steine. Okay. Oh, wie praktisch. Gut, Worok-Lager. Kümmern wir uns erstmal um das Worok-Lager. Wir sind fast da. Es gibt zwei Räume zur Stadt. Der kurze ist über dem Mountain. Der langere wird zu viel Zeit nehmen. Ja. Wir wollen aber den längeren Weg nehmen. Ich dachte so. Na gut, wir können den Weg hier runter gehen ein Stück. Ist das hier unten auch noch eine Höhle? Nö. Da liegen noch ein paar Goldstücke auf jeden Fall rum. Uh-huh. Gut. Geh, woher? So. Uh-huh. Noch mehr Ressourcen. Wir sind fast da. Uh-huh. Einer der Krieger ist gestoppt und hat seinen Fuß verletzt. Okay, können wir dagegen heilen. Uh-huh. Gut. Interessant, dass sowas passieren kann. Gut. Okay. Findet den Schatz. Die Karte des Bauen kann es möglicherweise zu dem Schatz führen. Ja, das möchte ich auch gerne. Uh-huh. Und man merkt, wir kriegen hier unten verdammt viele Erfahrungspunkte. Uh-huh. Wir wissen nicht. Oh, wenn nicht uns. Kill. Huh? Das ist alles. Du bist ein totes Mann. Go where? Yes. Huh? Uh-huh. So, jetzt haben sie sich, glaube ich, eingehackt. Und wir können... Well, we don't know. Uh-huh. Catch this! Kill whom? Good. Uh-huh. Good. Und uns um die hier kümmern. Okay, wir können das Gläuter nicht aufsammeln. Das ist gemein. Gut. We're almost there. We're almost there. We're almost there. Oh, Neidrank. Können wir mal einen benutzen? One of the warriors was wounded by falling rocks. Okay, nicht schön. Huh? We're almost there. Oh, da unten sind Feuerdämonen. Das heißt, hier ist wahrscheinlich ein Chaosknoten in der Nähe. So, Goldstückchen. Well, we don't know. Uh-huh. Oh, da sind einfach nur Feuerdämonen hier in der Gegend. Good. That's all. You're a dead man. Es sind viele Feuerdämonen. We're almost there. Orcs, tut was. Well, we don't know. We're almost there. Well, we don't know. Good. Verkloppt sie bitte. Yes. Kill. Okay. Oh, da oben ist sogar eine Höhle. Hier ist noch eine Höhle. Und ja, da ist der Felsrutsch. Aha. Good. Also, Geld ist definitiv gerade nicht das Problem, wenn ich mir unsere Geld so ansehe. Große Vorrock-Höhle. Okay. 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 Okay, dann nehmen wir erst mal die große Vorrock-Höhle auseinander. Okay. Okay. Das ist alles. Du bist ein totes Mann. Sehr schön. Bersakler hat die nächste Stufe erreicht. In der gleichen Weise. Ich wollte es auch zu euch. Ne, halt. Holzpumpt zu Soragan. Na, und komm dafür zu euch. Und halt, tränke. Schluckt den einfach mal. Können wir gut gebrauchen gerade. So, das konnten wir auch einsammeln. So, hier sollte sich der Schatz befinden. Hallo. Ist da jemand? Und dieser Durchgang, wo ich hinführen mag? Ich wünsche, ich hätte dir die Zeit nachzusehen. Well, we don't know. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Judging by the map, this is the right spot. The map ist genuine. Da ist die Trezure. Give uns die Gold, oder prepare to die. Keep your hands off my Gold. We hid the treasure here in the first place. So, it's ours. Then try to take it away from me. Okay, jetzt werden wir übermütig. Aim! That's all. You're a dead man. Ich find's lustig, wie wir da selber rumstehen. Ein Brigand ist entkommen. Ah. Good. Well, we don't know. Uh-huh. Uh-huh. Na ja, kann man nicht viel machen. Uh-huh. Spieler, ja. Uh-huh. Huh? Stand, Turata. Ha! 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 Find's echt lustig, wie sie immer gern auf Sawgarn einhauen. Uh-huh. Well, we don't know. Okay, in der großen Monsterhöhle dürfte einiges los sein. We're almost there. Catch this! Uh-huh. 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 Sonst kann ich mich gebrauchen. Good. Huh? That's all. You're a dead man. I'll blow up everyone. Äh, Schützen haben jetzt Max Rang erreicht. Kämpfer haben noch einen Stufenaufstieg. Wow, we don't know. We're almost there. Wow, we don't know. There's a powder barrel among the debris. Oh, den Trümmer liegt ein Pulverfass. Go where? We're almost there. It's a dead end. We must look... Ja. Da kamen wir ja her. Was bringt uns das Pulverfass? Hm. Naja. Well, we don't know. Well, we don't know. Nicht alle Sachen sind mehrsichtlich in diesem Spiel. Well, we don't know. Well, we don't know. Good. So is that the next thing is going down there and then we'll come here and then we'll come here. noch hier oben umschauen. Äh. Wenn wir das denn wollen, weil hier ist eine Schwerenruine. We're almost there. Ich glaube, wir gehen erstmal in die Zwergenstadt selber. Gucken mal, was wir dann dort erreichen. Good. Also von hier aus. Ah, das war nicht so gut. Noch einen Heiltrank. So, ihr habt langsam Steine. Hm, das ist ein großer Heiltrank. Wir sind fast da. Berserker haben eine neue St... Ne, Berserker wurden wieder runtergestuft. Na gut, gehen wir noch die Höhle hier platt machen, bevor wir da weiter gehen in Richtung Zwergenstadt. Ist ja nur eine große Worgenhöhle. Hm, gut. Äh... Die tun uns nichts. Ja, wir wissen. So... 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 ... So... So...